Tag zusammen! Wie ist es? Ja, muss ja, ne? Ich bin der Karl-Heinz. Karl-Heinz-Mannich. Und ich soll euch hier begrüßen zu den Krefelder Kotürchen von heute. Ja, heute gibt es Johannes Flöhr. Ja, der macht gerne viele Worte. Ja, muss er ja auch. Ist schließlich sein Job. Der war viele Jahre, war der so ein Poetry-Slammer. Ja, ich weiß auch nicht so ganz genau, wo das ist, so ein Poetry-Slammer, aber wisst ihr was? Das ist so ein richtig gekrämeltes Junge. Der hat sich ganz schön gemausert, hat er sich. Zu einem richtigen Autor. Wisst ihr? So ein Schreiberling halt, ne? Und wir, wir haben den Johannes in seine Stammkneipe getroffen. Den blauen Engel. Ja, guckt euch das mal an, ne? Viel Spaß. Tschüss, tschüss. Moin. 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 Ist klar? Ja, selbst. Brauchen wir? Ja, Tannsäfte? Ja, wie immer. Ja, das ist aber ein feines. Ah, geil. Rutsch. War es gut? Irgendwann ist es anders. Ja. Corona. Es gab Haushalte. Ach, gibt es das hier auch? Ja, wir sind in Krefeld immer. Ach so, weil ich wohne jetzt in Hamburg und normalerweise ist das ja so, dass so Trends erst später in Krefeld ankommen. Aber das gibt es dann hier jetzt auch. Ja, ist ja scheiße. Das war, man könnte ja nicht so spät hier ankommen. Fuck. Deswegen bin ich auch alleine hier wahrscheinlich, deswegen hab ich mich schon ein bisschen gewundert. Und aufgeräumt hast du auch länger nicht, ne? Ja, wir basteln mal ein bisschen rum. Du siehst irgendwie, die Außenmühlen, da ist schon ein bisschen was passiert. Ja. Also passend zur Jahreszeit, da wurde man die wieder wegräumt. Beginnen wir mit den Außenmühlen. Sehr gut. Weißt auch nicht, wann wieder geht, ne? Ne. Den Weihnachtsunntrunk wirst du auch hier nicht erleben. Kann ich auch leider nicht. Da sitze ich zu Hause in Hamburg und gucke aus dem Fenster. Wie ist das sonst für den Engel jetzt? Machst du irgendwas? Um das Aufrechterhalten hier? Ne, ich kann gar nichts machen. Also Essen to go haben wir mal im April ausprobiert. Das lief jetzt leider nicht so für uns. Wir sind halt auch kein Laden, wo du was abholst. Das waren wir ja nie. Wir saufen hier, ne? Ja, du kommst halt wegen dem Bierchen, wegen der Geselligkeit, wegen der Atmosphäre. Ja. Klar, manche kommen auch wegen dem leckeren Salat, aber... Ich kam immer nur weg. Ich kam wegen der Salat. In erster Linie kommst du halt hierhin, um dich einfach mit Freunden zu treffen, ne? Ja. Und das Essen ist dann einfach noch das I-Tüffelchen, also quasi. Tja. Ja, Saufen vermisse ich auch. Ich habe ja auf der Theke auch schon die ein oder andere Nacht getanzt. Ich war dabei. Du warst dabei. Ja. Aber wir können uns beide fehlenden Abend schämen und erfreuen an diesem Wieners. Ne, ich habe nur positive Erinnerungen. Es war alles gut. Ich bereue nichts. Ja, aber machen wir denn jetzt mit dem Engel. Okay. Können wir was machen? Es gibt doch hier ein Bierchen daheim. Das haben wir auch mitgemacht. Und manche haben uns das supported jetzt in der zweiten Corona-Phase. Gibt es auch immer noch, glaube ich. Wir haben es, glaube ich, zwei bis jetzt genutzt in einem Monat. Dem März habe ich auch gespressed. Egal, ne? Ja, deswegen zahle ich das Bier auch heute. Nicht, ey. Sonst halt auf den Deckel. Ne, was kann man machen halt, ne? Ja. Also wir haben in der ersten Phase erstmal geschaut, ob wir irgendwas eigenhändig machen können. Also jetzt nicht so eine Spendenaktion. Obwohl die nötig gewesen wäre. Wir haben das versucht, erstmal anders aufzufangen. Mehr schlecht als recht halt irgendwie. Und jetzt kommt die zweite Corona-Lockdown-Phase. Und wieder ist man halt auf sich alleine gestellt. Also der Staat verspricht viel, aber es kommt halt nicht viel. Kenn ich? Ja, man kämpft sich ja durch. Aber ich weiß nicht, eine dritte Phase. Oder wenn die Phase länger geht. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Aber bei mir hat dann so die Solidarität der Leute sehr geholfen. Also super viele Leute haben mir Nachrichten oder auch teilweise Postkarten geschickt. Okay. Ich weiß nicht genau, wo die meine Adresse her haben. Aber jemand hat mir eine Postkarte geschickt und gesagt so, hey, super, was du machst und komm gut durch. Und manche haben dann auch ein bisschen Geld gespendet. Und das hilft dann schon, dass man merkt, man macht das nicht nur so für sich oder aus Jux und das ist nicht nur so ein Hobby. Sondern man macht das auch für andere Leute und die vermissen auch das, was man macht. Und ich glaube, das geht beim Engel auch so. Also ich habe jetzt Leuten erzählt, dass ich noch mal hier bin heute. Und die ganzen Leute haben gesagt, ah geil, grüßt mir den Engel. Ah, gerade noch ein Foto rumgeschickt. So, ah geil, der Engel. Und die Leute vermissen das hier zu sitzen. Und meine Hoffnung ist dann, dass wenn es wieder losgeht, dass die auch dir die Bude wieder einrennen. Und die sagen, geil, endlich wieder am Engel. Was kostet das, 16, 20? Komm, mach ein Zwanni. Ich habe Bock gehabt auf einen Engel und ich will, dass es hier wieder läuft. Ja, die Krefel halten da dann zusammen. Jetzt ist recht, jetzt müssen wir alles zusammen, aber die stehen halt. Also hängen da alle zusammen drin, also müssen wir zusammen raus. Ich fühle mich da auch in der Pflicht. Also ich wohne jetzt in Hamburg, aber ich sage immer, ich bin ein Krefelder, der in Hamburg wohnt. Also ich versuche das so als Außenstelle ein bisschen zu sehen und versuche dann natürlich auch noch ein bisschen hier zu wirken, sofern es mir möglich ist. Also wenn ich da irgendwas machen kann noch, sag Bescheid. Ich habe noch weit über 5 Euro zu Hause einen Sparstrumpf. Wie kann ich denn so, oder wenn ich irgendwie meine Kreative, weil ich will auch irgendwas machen, weißt du, weil ich kann ja auch gerade nicht auftreten, die Läden haben zu und mir fehlt das natürlich auch komplett so, irgendwas zu machen. Nicht nur Saufen in der Kneipe fehlt, sondern auch auftreten. Du kannst ja auch mal im Laden einfach was machen und dann postest du das. Du kannst auch jetzt hier, du kannst jetzt auf die Bühne und was vorlesen. Und jetzt? So? Du bist jetzt auf die Bühne? Darf ich? Vielleicht heute erstmal gut. Ja, ich weiß nicht, was geht jetzt? Ich auch? Ja, dann. Okay. Ist egal, ist Wochenende. Prost. So, jetzt riecht aufstehen, ne? Bitte. Ja. Ja, cool, dass es klappt. Guten Tag nochmal. Mein Name ist Johannes Fleur. Und ich lese jetzt aus diesem Buch hier was vor. Ist mein aktuelles Buch. Kann ich mal zeigen. Das heißt Dialoge. Weil, das muss man vielleicht auch über mich wissen, ich bin richtig gerne im Internet. Und vor allem bei Twitter. Da hat man 280 Zeichen Zeit, was zu schreiben. Und ich nutze diese Zeichenanzahl gerne dafür, kleine Dialoge mir auszudenken und zu schreiben. Und die sind in diesem Buch versammelt, weil irgendwann mein Verlag zu mir gekommen ist. Und meinte, Johannes, du bist ja eine richtig große Nummer im Internet. Lass uns das mal monetarisieren. Dann habe ich herausgefunden, was das heißt. Fand das dann sehr interessant. Geld zu verdienen finde ich nämlich immer ganz gut. Und der Verlag hatte recht. Ich bin im Internet eine richtig große Nummer. Was hier drin ist, hat teilweise im Internet 20, 30 Likes oder so bekommen. Und ja, kann ich ja gerne auch noch was jetzt hier vorlesen daraus. Zum Beispiel einen Dialog, der auf Seite 73 steht. So sieht der aus. Und der klingt folgendermaßen, der heißt Schale. Ähm, Entschuldigung, was machst du denn da? Ich mach die Schale ab. Ja, aber warum? Oh, ich mag die nicht. Ja, aber da sind doch die Vitamine drin. Unsinn. Doch, richtig viele. Ja, welche denn? Ja, Vitamin B12 und sowas. In der Babybellschale. Ja, das ist roter Käse. Also mir schmeckt das nicht. Bäh. Ja, das ist ja leider oft so bei gesunden Sachen. Ja, stimmt. Ja, und länger ist der Dialog nicht. Wie gesagt, 280 Zeichen. Ihr könnt euch das Buch gerne kaufen beim anderen Buchladen. Oder bei Kyle City. Oder bei mir. Oder wo es das halt gibt. Ja, und ich hab's jetzt. Mehr brauche ich nicht. Ich hab jetzt mein Bierchen getrunken und was vorgelesen. Ja. Tschüss. Danke, blauer Engel, dass das so ist. Tschüss. Ja. 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 Ja.